Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich möchte euch und Ihnen heute Danke sagen, dass ihr so fahrreich hier angetreten seid, um die Botschaft nach außen zu tragen, dass so wie es jetzt an der Albatrossschule ist, nichts bleiben kann. Wir mit euch wünschen uns so schnell wie möglich den eigentlich versprochenen Ergänzungsbau, damit die Schulplätze, damit endlich wieder Platz an dieser Schule ist zum Lernen und Spaß haben. Ich habe heute Katharina Günther Wünsch mit dabei vom Berliner Abgeordnetenhaus, die euch jetzt kurz zu euch sprechen wird. Liebe Eltern, ich bin begeistert, dass Sie so fahrreich da sind. Ich war selber zehn Jahre lang Schulleiterin einer Schule in Neukölln, bin selber Mutter von vier Kindern und ich verstehe, dass Sie auf die Straße gehen. Denn wenn etwas in Berlin keine Priorität hat, dann sind es unsere Kinder und die Schulen in diesem Land. Nach wie vor dauern die Schulen in Berlin viel zu lange, wenn es darum geht, Schulplätze zu schaffen und neue Schulen zu bauen. Auch die Albatrossschule, und ich habe mit dem Schulstaatrat schon einige Male gesprochen, kämpft seit Jahren um den Ergänzungsbau. Und gerade Kinder mit besonderen Bedarfen finden in Berlin kein Ohr. Kämpfen Sie, gehen Sie rauf, wir stehen an Ihrer Seite, wir treten ein für Ihre Kinder. Ich weiß, dass das Abgeordnete des Bezirksparlaments hier in Raktum-Külbenig an Ihrer Seite steht. Das, was Sie brauchen, ist die Finanzierung über das Abgeordnetenhaus, über den Senat. Denn so werden Sie die Ergänzungsbauten für Ihre Kinder bekommen. Die CDU-Fraktion und auch andere Teile der Opposition stehen an Ihrer Seite. Gehen Sie rauf, wir kämpfen mit Ihnen. Wir werden dafür uns einsetzen, dass die Mittel im Haushalt für die Albatrossschule eingestellt werden. Liebe Eltern, in Vorbereitung und heute habt ihr eure Wünsche vorbereitet, gebastelt, zu Papier gebracht. Und heute haben wir uns heute auch an die Luftballons gebastelt. Ich würde Frau Radke bitten, wo ist sie? Ja. Hallo liebe Kinder, liebe Lehrer, liebes Personal der Albatrossschule. Sie wissen, dass wir schon seit vier Jahren dafür kämpfen, dass endlich dieser MEP gebaut wird. Die Gelder waren bewilligt. Der Kampf um das Grundstück findet kein Ende. Und wir wollen heute nochmal aufmerksam machen, dass wir ein Grundstück haben, was eigentlich dafür geeignet ist. Und es einfach mal eine Entscheidung getroffen werden muss im Sinne unserer Kinder. Wir sind nicht die Schüler, die hinterm Altenheim im Wald wohnen. Und wir sind heute mal sichtbar hier auf der Straße. Und ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid. So, jetzt würde ich sagen, kommen die Kinder mit ihren Wünschen nach vorne. Und wir werden einige vorlesen und dann im Anschluss gemeinsam alle in den Himmel steigen lassen. Ihr findet an euren Kühlern noch festgebundene Luftballons. Macht die gerne ab, haltet sie fest in der Hand und dann lassen wir alle Luftballons gemeinsam steigen, denn die Wünsche vorgelesen wurden. Keine Stoppen! Therapieräume sollen wieder zu solchen werden. Klassenräume sehen anders aus. Wir brauchen Zulässchen! 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 Wir brauchen große Platzgeräume! Wir brauchen große Platzgeräume! Wir brauchen Stamm zum Lärm! Wir brauchen Stamm zum Lärm! Wir wünschen uns hier wünschlich große Platzgeräume! Und alle auf meinem Kommando steigen lassen! Und alle auf mein Kommando steigen lassen! Eins, zwei, drei! Ja, wir haben uns heute hier zur Demonstration auf der Tresco Allee versammelt, um zu zeigen, mit 59 Stühlen, dass die Kapazität der Albatros-Schule erschöpft ist. 59 Stühle deswegen, weil 59 Kinder jetzt schon zu viel an der Schule untergebracht sind. Die Schule hat eine Kapazität offiziell von 96 Schulplätzen, aktuell werden 155 Kinder dort unterrichtet. Der Senat verspricht uns seit Jahren einen modularen Ergänzungsbau, mehr Schulplätze also an diesem Standort und jetzt wurde dieser Map deprioritiert, was für uns heißt, dass wir mindestens sieben bis acht Jahre wieder auf neue Schulplätze warten. Gerade an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt für geistige und körperliche Entwicklung ist es umso dringender notwendig, die passenden Schulplätze zu schaffen, um gerade für diese besonders schutzbedürftigen Kinder und Jugendlichen einen Raum zu schaffen zum Lernen, zum Beisammensein, zum Spaß haben. Dafür setzen wir uns heute ein, dafür haben wir heute die Kinder und die Eltern auf die Straße gebracht. Und ich glaube, wir haben ein großartiges Signal gesendet, wie wichtig das ist, dass hier endlich Schulplätze mehr geschaffen werden. Die Albatross-Schule ist leider ein ganz trauriges Beispiel für zwei große Probleme in der Berliner Schulbau-Offensive. Wir bauen zu wenig und wir bauen zu langsam und wir bauen insbesondere nicht für die Kinder, die extrem unseren Unterstützungsbedarf benötigen, nämlich die Kinder mit Förderbedarf. Die Albatross-Schule ist eine Schule für Kinder mit geistiger Entwicklungsbeeinträchtigung, mit körperlichen Beeinträchtigungen und sie ist maßlos überfüllt. Und jetzt stehen wirtschaftlichen Interessen, politikideologischen Interessen gegenüber. Das kann so nicht sein. Ich begrüße es sehr, dass die Eltern sich dafür stark machen, dass sich die Bezirksverordneten unserer CDU-Fraktion dafür stark machen und die Pädagogen, Schüler und Eltern dabei unterstützen, dass schnellstmöglich Entlastung für die Albatross-Schule geschaffen wird. Ich bin ein, das ist 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 ein, das